Moin Leute und herzlich willkommen bei den Teenagers von Mars. Heute haben wir wieder einen Zusammenschnitt aus unserem Livestream. Wenn ihr mal dabei sein wollt, wir sind jeden Mittwoch und Freitag ab 20 Uhr live, immer auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig. Wir haben uns im Cold War Turnier angemeldet, 2 vs 2 Feuergefecht, weil da sind wir einfach gut drin. Oh. Boah, ich bin tot. Aber ganz ehrlich, unsere größten Feinde waren nicht die Gegner, sondern eher die Technik und... Ja, wir stellen uns selber im Weg. Ob wir dann am Ende das Ding gewonnen haben, seht ihr natürlich am Ende. Aber ganz ehrlich, das Game hat uns am meisten geärgert. Naja, ihr werdet es selber sehen. Viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Ich will dir einen Blutblind haben. Ach, muss ich mich irgendwie bereitsetzen? Hat sich erledigt, Philipp. Nee, da stand 0,01. Also ich war noch... Ach, wieso höre ich dich denn schon wieder doppelt? Mann, du bist doch einfach los. Du bist doch einfach los. Ich weiß ja gar nicht von einem Mikrofon. Ja, um die Gegner zu beleidigen? Hab einen, er wollte nicht sterben. Ja, der andere kommt hier. Ja, hab ihn. Juhu. Das ist doch mal Arbeitsteilung wieder. Ja, ist 1A wunderbar, Philipp. Also muss man wirklich sagen. Ja, ja, laufen. Beide bei mir. Hat sich erledigt. Ja, dann ist doch gut. Ich push ihn. Der andere ist, andere ist hier. Wie kann ich... Ah, okay. Gut markiert. Beide, beide bei mir, beide bei mir. Beide bei oben. Einen hab ich. Hab sie beide. Easy. Easy. Ach so. Zwischendrin hat der Simon nochmal seine besten Witze rausgeholt. Was ist der Unterschied zwischen einem Kitzler und einem Kölsch? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Der Kitzler schmeckt nur kurz... Lass mal einen Stream machen, wo wir nur Flachwitze erzählen. Okay. Okay. Oder TikToks angucken. Wenn ihr wisst, wie dieser Witz zu Ende geht, schreibt es bitte nicht in die Kommentare. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, wie wir die Witze erzählen, dann wird es irgendwie im Livestream passieren. Mittwochs und Freitags, 20 Uhr. Seid unbedingt dabei. Lasst ein Abo da. Hier auf YouTube und auf Twitch. Dann verpasst ihr das nicht. Ach ja, Instagram auch noch. Konzentrieren wieder, ne? Wuh! Danke. Ich habe gar nichts gemacht. Wir dürfen auf jeden Fall nicht sterben, weil alleine ist es schwer. Oh. Das war dumm. Links ist keiner. Ich höre einen. Nee, in der Mitte war einer. Yes, ich sehe ihn. Nice, Simon. Wichtig. Okay. Wuh! Nächste Runde bin ich auch wieder dabei. Ey, guck mal hier. Halbfinale. Uff, ich bin auch ein bisschen, äh, es kribbelt, es kribbelt, es geht um was. Sehr schön. Ab ihn. Ich gehe links. Ich gehe rechts lang. Den linken habe ich. Sehr gut. Ah, Mann, ich wollte auch gerade einmal abdrücken. Hab meinen schon. Beide hier, beide, beide. Ja, ab ihn, ab ihn, ab ihn, ab ihn. Zu null. Bleib da, bleib da, hat der war. Der andere ist in der Mitte. Empfang ihn, empfang ihn. Nein. Nein. Nein, der andere kommt von hinten. Ja. Wichtig. Wichtig und richtig. Wichtig, wichtig. Einen habe ich, der war ganz links. Meiner ist rechts hinten in der Tür. Ja, ab ihn, ab ihn, ab ihn. Ja, wichtig. Wichtig und richtig. Hör auf, das zu sagen. Der rechte ist noch hier. Ich habe den linken. Ach, der hat mich. Scheiße. Der hat mich. Der ist in der Tür. Ja, sauber. Sauber. Uh. Geil. So, jetzt hier. Konzentrieren. Finale, Simon. Oh, beide liegen da. Boah. Okay, wir gehen jetzt auch zusammen. Der andere ist von hinten. Unten, unten, links, unten, links. Oh, ich bin tot. Alter, ich bin nur hingekommen und habe so hingekommen. Was? Ach, der trifft mich schon wieder als... Ja, genau. Das ist einfach ein Schlüsselloch, wo du durchschießt. Die sind beide da. Nice. Nein. Ach, diese Waffe ist... Ah, der eine schießt schon durch im Mittel. Boah, ich bin tot. Ach, leck mich doch. Hä? Ich habe das auch gehört, hundertprozentig. Ich habe hundertprozentig oben die Schritte gehört. Nach diesem bitteren Finale, ich schwöre euch, das war einfach unsere erste Runde. Wir hätten es one try durchhauen können. Aber nein, war nicht so. Die Gegner hatten es einfach drauf, muss man sagen. Aber der Simon war ein bisschen sauer. Seht selber aus. Oh, ich flippe gleich aus, ey. Und danach wollte Simons Controller irgendwie nicht mehr schießen, sondern eher mit den Gegnern schreiben. Deswegen, äh... Technische Probleme. Ja. Ich kann nichts machen. Ja, nachdem wir nicht mehr so salzig waren, haben wir uns wieder konzentriert aufs Game. Okay, wir haben uns am Anfang noch angezickt. Aber ja, so ist das, ne? So ist das. Ach ja, und wegen technischen Problemen fehlt irgendwie die zweite und vierte Runde. Keine Ahnung, was da passiert ist. Wärt ihr mal im Livestream dabei gewesen, dann hättet ihr nichts verpasst. Einer habe ich, der kam durch die Mitte. Höh! Keine Chance zu schießen. Der eine kommt links durch den Schminkcontainer. Ich bin im Auto. Beide, 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 beide links. Ja, genau, alles klar. Ey, der schießt einfach und trifft mich. Aus! Okay. Ah, sauber. Alter, ich habe keinen mal getroffen am Anfang. Mhm. Tundra, Alter. Ach, Simon, beschwere dich doch nicht durchgehen, bitte. Positiv Vibes. Beide rechts. Ja, sonst ist das deine Aufgabe, sich immer zu beschweren. Nee, eigentlich nicht. Ach, mit diesem Sniper kann man nicht spielen. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube rechts. Ich glaube rechts. Hab einen weggeballert. Der andere kommt. Ey, willst du mich verarschen? Der hat mir ein paar No-Scope weggemacht. Nice. Der war gut. Schauber. Machst du dir eine Granate oder so? Der muss hin. Chill da. Gehen doch schon wieder. Danke. Der andere gewinnen war ich. Ich bin nicht ver... Ich bin auch so. Mir egal. Ich bin auch eklig. Einer am Auto. Einer kommt von hinten. Der andere kommt auch. Ja. Durch. Geil. Ja, haben wir ihn. Nice. Oh, ich hang an dem Vorhang. Auto. Sehr schön. Ja. Oha. Ja. Wir haben sie gebrochen, Phil. Wir haben sie gebrochen. Hinten am Auto habe ich noch keinen gesehen. Ich blutsche hinten durch. Doch, jetzt hinten am Auto einer. Hab einen. Einer kommt von hinten, glaube ich. Ja. Habe ich. Nice. Durch den Schminkladen. Den habe ich gehört. Den habe ich gehört tatsächlich mal. Schöne Kuppel da innen drin. Das ist ein bisschen Renovierungsbedürfnis, aber eigentlich ein schickes Haus, glaube ich. Ah ja. Ah ja. Renate-Werfer. Hm. Mag ich nicht. Ah, fuck. Der hat mich gut getroffen. Der schießt auf jeden Fall mit dem Raketen. Ah ja, Granatenbärmfahrer. Aber das ist auch ein Stim. Ach, da habe ich ihn nicht. Ich muss gerade sagen, der andere kommt gerade hinten hoch. Absolut bester Moment. Hier mir auf die Füße schießt. Hab meinen hinten lang durch. Der andere ist rechts oben oder so. Ich bin noch nicht gesehen. Ich pushe hinten durch. Ah ja, oben. In der Ecke, ne? Ab ihn. Ach hier. Sorry. Ab hier. So was von einer Granate ins Gesicht. Ja. Ja, schön. M82. Die ist gut, die Sniper. Oh, der eine ist oben. Einer ist oben. Hier kommt keiner in der Mitte. Er liegt hier auf dem Boden. Zwei Sekunden Fahne. Beide 150. Warte, der ist bestimmt dumm. Wenn nicht, Sprinte jetzt. Jetzt hin. Jetzt. Gehen. Sauber. Jahrelange Erfahrung. Oh, was ist das für eine Waffe? Oben. Ey. Ich darf nicht. Ich hab hier so oft. Nein. Da hab ich gedacht, ich bin richtig auf dem Kopf. Der eine ist oben rechts. Oh, der ist immer noch oben rechts. Boah, wir haben schon wieder einen Stim. Ja. Hab ihn. Sehr schön. Oh. Das Finale, ne? Das Finale, Philipp. Gut, dass du angekommen bist. Im Finale. Ja, manchmal ist es besser, nicht zu wissen, dass es Finale ist. Ich geh den selben Weg. Ich geh auch nochmal den selben Weg. Einer ist oben rechts. Was? Er hat nix mehr. Ah ja, jetzt stimmen. Wo war der andere? Oh, unten links in den Gängen. Aber da ist er. Position wechseln. Wichtig, gut gemacht. Doof. Doof von ihm. Doof von ihm. Hallo. Grüß dich, du kleine Bitch. Wen begrüßt du da im Chat? Der, den Gegenspieler. One man down. Easy clap. Den anderen noch nicht gesehen. Doch, jetzt. Komm, ein Sieg noch jetzt. Nee, jetzt hat er mich. Oh, der hat aber nix mehr. Der hat 30. Ich hab ihn gesehen. Nein. Was? Oh, scheiße. Der war der vielmehr der Brand, ey. Oh, Pellington. Haha. Nice. Richtig. Ich bin auch bei dir auf der Seite. Ich bin oben. Ah, da ist er. Er ist sauber. Wuh. Da ist der Turniersieg. Turniersieg. Wie im Leerbock. Guck dir das an. Oh. Der ist so weit weg mit dem Scope, ne? Da brauchst du nicht auf den Sniper packen. Ja. Kann man schon mal. Ja, GG. Dank dir, oder? So, wo sind die Preise? Ich will die Preise abholen. Der Preis ist nice. Wo ist meine Belohnung? Hä? Ich hab auch keine Belohnung bekommen. Müssen wir noch mal spielen? Nein. Bei mir steht Gameshow. Bei mir auch. Feuergefecht. Hä? Alter. Ey, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Jetzt gewinnen wir das Turnier. Hammer. Geiles Spiel. Geiles Spiel. Hammer. Nice. Wahrscheinlich haben die anderen gewonnen jetzt noch, weil wir aufgegeben haben. Einfach perfekt. Perfektes Game. Hammer. Kriegen erstmal eine schöne dicke E-Mail von mir. Ich weiß, ihr hättet die Mail gerne gelesen. Hättet sie auch gerne gelesen. Aber das Game hat uns doch nicht verarscht. Und hier ist dieser tolle Bauplan. Von der AK-47. Ja. Vielleicht spiel ich sie dann auch mal im Warzone. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr meint, dass sich das Turnier dafür gelohnt. Danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.